hallo ich bin's wieder euer Elyria heute mit Lost Ark und heute zeige ich euch wie man eine Gruppenpartie verlässt wenn man in einer Gruppe ist wenn man einen Weltbus gelegt hat zum Beispiel dann habt ihr hier auf der linken Seite eure Spieler dann klickt ihr mit eurer rechten Maustaste und String auf euer Portrait und dann könnt ihr auswählen Gruppe verlassen probiert es aus macht was draus euer Elyria ciao